Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Folge von TV-Rest auf dem Weg zum Regen Flagegut Oh! TV-Stars war Ich hab die Flagegarten Ja, die liegt da ja Ja, nein Deswegen wollte ich ja hier auch hin Soll, auf dem Cover bist du? Ja, ach ne, hab ich auch mitgekriegt Darum war der Flug wahrscheinlich so der, weil du berühmt bist und darum so Premium Ja, stimmt Ich bin TV-Star Wo bist du? Oma auf dem Flugzeug Achso, sehr gut, das war dein Leben Ich bin TV-Star, also wir in dem Fall Ja, wahrscheinlich bin ich irgendein Du bist, du bist, du bist nur ein trauriger Überlebender Ich mach dein Make-up Äh, hast du schon Panzer, Schülken-Panzer? Ja Okay Kannst ja auch auf Waffe benutzen Ja, am Block Wär geil, wenn du's Ja Kann man damit irgendwas kombinieren? Nee Oh Oh! Flaregarten sind hier drinne In den gelben Dingern Könnt ihr mich mal mit? Jawoll! Ich bin voll Ich bin voll Du bist dich? Ja Ja Ich bin auch voll Guck mal Alter, wie viele hier sind Boobobobobobobobobobobobobobobob Ich will jetzt einfach deswegen eine nach oben schießen. Hier sind wir! Jetzt kommen sie alle halt, ich würd so lachen. Nee, ich bin wieder voll. Scheiße, ich dachte hier werden Koffer, die man auch aufmachen kann. Oh, wie viele Bambis hier sind, Alter, krass. Mann, das ist wieder ein Job für mich. Du sollst ja nicht explodieren lassen. Lass uns jetzt mal ein Stück Krokodil holen. Ist das auch ein Job für mich. Da brauchst du was halt... Da unten, da drauf und rein. Ja, ich weiß halt schon gesehen. Hab mich jetzt nicht so interessiert. Huh, was machst du denn? Oh Gott, die. Ich bin mal gespannt, ob die uns sehen. Also eigentlich... Mit Stealth-Armor wär' ich jetzt bei sichern zu sparen. Doch, die sehen uns wirklich nicht. Ne. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ist auch nicht schlecht. Die sehen uns dann wirklich nicht. So, holen. Ähm. Ich würde eigentlich in die Richtung Musik laufen, da weil ich eigentlich in die... Ja. Ich wunders kann, warum dahin so... gar keine Bäume sind. Bauen wir schnell jemand hier. Hier fressen, ne. Ich brauch Trinken, ich brauch Durst voll. Warte mal. So. Vielleicht kannst du aus dem Teichchen... auch... Mit dem Skin? Ding... Nee, der... Das Ding hier auch nicht. Hier ist eins. Hier. Fische! Fische! Warte, wo ist das? Und hier ist ein Speer gleich wieder. Damit wir dann... Oh, die Frösche sind grad laut gewesen, Alter. Ich hab die Flasche voll. C? Nein, ja, nicht trinken. Hab ich jetzt... Ne, so 100% voll gut. Und gleich, uh. Kann man trinken, kann man definitiv. Nein. Kann man was trinken. Kann man definitiv sein lassen. So. Hier müssen eigentlich Krokodile spawnen überall. Haben die rausgenommen? Nee. Und die Krokodile haben dich nicht mal angegriffen. Meine Schneeschuhe. Ach komm, das ist ja langweilig. Hier sind immer Krokodile gespawnt. Die Flasche ist einfach so spontan gefritt. Schade. Komm, lass mal weitergehen. Warte. Lass mal gleichzeitig draufdrücken. 3... 2... 1... Jetzt! Jawoll! Wer kriegt? Ich hab's. Ich auch. Ich auch! Bambi! Ach, lass, lass. Komm, hier links lang. Komm. Warte, ich muss erst... Motor drauf dran, klar. Da muss ich eine Bombe dran machen. Ey, das steht direkt neben dir, Alter. Das Bild... ... ... ... wie soll ich mir davon glauben wo ist jetzt mein Stern in Wiesbaden wenn man die irgendwie so seltsam wirft kann so, ich wär's schon wieder weg echt, ich könnte manchmal kochen aber ich hab halt auch keine drei Knochen mehr nee langsam wird's bei mir auch hast du nicht die Typen da verbrannt und siehst du nicht wieder Knochen warm ah ja siehste ich hab jetzt noch ja doch, oh doch noch elf ähm, drei das ist doch eh kein Stick ja und Sticks kriegt man überall ah fuck falsche Taste oh genau in dem Moment ja super und ich hab hier ganz viel in der Hand komm weg, komm weg ja jetzt hab ich schon weggepackt, das war mir zu riskant boah hinter dir boah hinter dir wollen wir töten? natürlich, ja wenn wir nur noch kurz Sticks ah, warum greifen mich zwei an, das ist unfair aber was von eins gegen eins gehört, ihr sprachst okay, meine hauen ab, meine hauen ab ja, ja hier ist ein Krokodil die greifen ja an Peter, hier ist auch ein Krokodil hier sind drei Krokodile ab ins Wasser greifen auch die nein, der greift die ja die kommen nicht ins Wasser, die ganzen Viecher oder Krokodil kommt ins Wasser also wenn die kein Muschikas haben, ist mir egal ja, Problem ist, ich weiß nicht wie stark die Krokodile sind ich hab keine Ausdauer mehr, alter, fuck ich auch überhaupt nicht und der da lebt noch, bevor er wieder aufsteht die kommen hinterher, achso, du bist auch hier ja, guten Tag, wie geht's dir? die sind ungeduld, oder? oh mein Gott, lauf, 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 die sind voll schnell ja, und ich hab keine Ausdauer auch definitiv drei Knochen ah, kannst du mir jetzt drei Knochen geben? ja, das ist ein Sticks hallo? warte, 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 hier er ist tot jawoll oh, Panzerung oh, das ist leuchert warte, du gibst mir jetzt kurz drei Knochen hat er hier spawnen die Rehe einfach nicht behindert hast du es gerade gesehen? ja oh nein, mein Stick äh, mein, mein achso, ja, du würdest, ja, die erwarte oh ne, hinter uns, alter, was ist denn hier los? das sind einfach vier Stück lass es weglaufen jetzt, ich hab keinen Bock mehr jetzt da hätte ich drei Knochen, könnte ich mich verteidigen ich hab keine Pfeile mehr scheiße, alter ich brauche jetzt scheiße, er ist schon wieder ein Krokodil, lass uns hier weg, alter lass uns hier bloß weg oh, guck mal hier, Schneelandschaft schon, geil ne, ich brauche immer noch Knochen, wir haben die ganzen Reichen ja, 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 komm her, komm her ähm schnell alter, jetzt schnell, komm 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 ist egal, weg 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 hab ich's genommen? ja, hast du ja, geht's ja, geh 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 scheiße, ich hab die Krolle auf mich gerade gehauen hinter, hinter uns, zwei uuuh WTF du kannst du ja in friedliche Gegend psh, alter du kannst mir auf jeden Fall kohlen Also klar, dass sowas passiert, wenn ich nach jedem besfriede dich. Da ist schon wieder Kokodi gesporen. Ja komm her, wenn du willst. Ich spring immer vor den so richtig weg, das sieht total geil aus. Da krieg ich immer so einen Stiefel. Hinter dir, ja, hinter dir so einer. Ich glaub, so ärztlich zu lachen. Ich brauche Rüstung, ich brauche definitiv Rüstung. Das lohnt sich jetzt aber grad. Hallo. Ja so, ich brauche jetzt... Oh, halt, halt, schlutz. Was ist mit 80? Ne, was denn? Ja, ne, was denn? Ja, ja. Hä? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du... Lüch. Projektier! Ich weiß nicht, wie du Lüch hörst, aber Lüch sag ich bestimmt. Lüch. Oh nein. Brennen die jetzt alle? Ne, da hinten nur ein Krokodil. Ich brauche Rüstung, somit Krokodil. Oh, Krokodil-Rüstung, das wäre geil, wenn es so eine extra Rüstung geben würde für Krokodil, oder gibt es das sogar? Ne, das ganze... Krokodil macht nichts. Es ignoriert mich einfach, während ich es umbringe. Ja toll, mich hat sie verfolgt, hast du ja gesehen, ne? Aber... Man kriegt... Man kriegt einfach vier Rüstung daraus. Vier! Stimmt, ich hab vier! Krass! Okay, gut, dann ist das wieder geil. Kannst du mir Blätter geben? Ich hab keine Blätter. Blätter kann man nicht geben. Doch! Auf unser Bett. Wie hast denn du? Gib dir einfach 100. Achso, ne, da haben wir halt. Ja, hier. So, den Rest musst du nehmen. Hier, nehmen wir die Blätter. Wie viel hab ich dir gegeben? Äh... Keine Ahnung. Ich hab's nicht gelesen, weil ich die ganze Zeit Knochen aufgucken wollte. Ach, okay, danke. Kannst du keine Knochen mehr aufheben, ne? Nö, ich hab... Kürzen. Wir können wissen, ob man die komplette Insel irgendwann auch ausräuchern kann, richtig, somit. Ich würde sagen, nein. Okay, erwarten. Wollte gleich... Rüstung, ne? Jo. Mal wieder aufs... Oh, ich hab Vogel auf der Hand, geh weg. Ich hab solche Natur. I, Natur. Okay, ich muss kurz noch Blätter mal. Wer lag da... Musst du was essen? Ich nicht. Sonst kann ich hier was rausschmeißen. Nö, mir geht's gut. Fisch oder so? Ich hab alles... Ich hab zu viel. Warte, wie unsichtbar bist du, wenn du dich duckst? Warte? Dieser Balken, wie weit geht der? Wow, was ist denn jetzt explodiert? Achso. Keine Ahnung. Bei mir nicht. Wie unsichtbar? Ver... fast gar nicht. Ja, ich auch wirklich gar nicht mit Stats-Armor. Mal Krokodile bringen für vier. Ich glaub, ihr seid noch mal Krokodile mitgegeben, oder? Ich meine, die bringen vier von diesem scheiß Leder. Können wir hier auch Lizard? Ne. Das ist auch Lizard. Ne, gar nichts. Was hast du gerade gesagt? Also ihr seid noch mal Krokodile umbringen. Und hier kannst du noch ein paar Leichen verbrennen. Nachtipps. Ich bin voll mit diesen... Ne, das glaub ich auch nicht mehr. Ach, du Scheiße. Oh ja, stimmt ja. Hier lang auch noch so viele. Hast du Sticks? Äh, nö. Na ja, hat's ja schon wieder erledigt. Alter, wie schwer bekommt man manchmal Wetter? Weißt du, manchmal hat man unendlich davon. Manchmal bekommt man gar keine. Doch, wir müssen die verbrennen. Ich will die weg haben. Vielleicht kommen die wirklich irgendwann nicht mal wieder. Du willst... Du willst hier nicht. Ich hoffe einfach nur, dass die Karten dadurch leerer werden kann. Ne. Ich... Spawn kommt Spawn. Alter, wenn ich mich jetzt... Ey, kannst du mal zu mir kommen? Wo bist du? Oder wo bist du? Hier oben? Ich will dir zu den Massen da gehen. Oh, da guck mal. Ja. Warte, wenn du dich jetzt duckst, wie uns ich vermiss werde. Einfach hier. Gar nicht. Wirklich null. Also bei mir ist das Auge fast durchgestrichen. Was? Krass. Töten wir die mal. Töten wir die mal. Okay, rennt weg scheiße. Sollten wir das gleiche tun. Hinter uns. Hinter uns. Oh fuck, ja warte. Der hat nur zwei Schläge ausgehalten. Der war definitiv nur angeschlagen. Dann bringen wir gleich her. Ne, bringen wir gleich. Naja, warte, ich hole. Naja, ne ja, genau. Das Krokodil muss ja durchlaufen, dann ist gut. Alter, wie das aussieht, man. Wie so ein Massengrab. Also voll. Als würden wir eine Infektion einbämmen. Ja. Gibt es auch, glaub ich, noch nix. Hier sind die ganze Krokodil. Oh, hier. Die spawnen gleich wieder. Keine Sorge. Sehr schön. Ey, hier, komm mal her. Wie die ganzen Knochen. Die muss hier mal mit. Naja, stimmt. Ich muss kurz Knochen armabrafen. Dann kann ich fressen. Alter, muss wir hier unbedingt herkommen. Alter, hier ist alles voller Knochen. Ich krieg die nicht mal alle weg. So, jetzt bin ich. Jetzt hab ich komplette Rüstung und komplette Knochen voll. Okay, es ist noch ein Knochen. Oh, es wird dunkel. Okay, ich kann noch ein paar Knochen mitnehmen. Ja. Gut, das waren die Köpfe, Alter. Von wie viel Köpfe? Boah, was hast du jetzt geschmissen? Also Stein. Okay, das war's. Jo. Und es wird schon wieder dunkel. Pju. Und einen Weg kommt es wieder? Pju. Ja, wie in den Blättern. Deswegen hast du wahrscheinlich nicht mehr so viele Blätter. Ich hab sowas ja noch nie... Doch, einmal gebaut. Einmal. Kokodil. Kokodil. Bleib dich an. Bleib dich an. Ich hab was in der Hand, aber ich kann nicht schauen. Lass es zusammen machen! Oh, sorry, war zu spät. Hä? Hä? Hab ich dich grad mit dem Kopf geschlagen? Ja, klar. Das war versehen. Alter, meine Rüstung ist ja komplett weg, seh ich grad. Wie unsichtbar bist du? Oh, fast voll. Ja, bei mir ist das Auge komplett durchgestochen. Ich geh halt nicht. Jetzt weiß ich auch, warum du keine Blätter hast. Für die scheiß Arme. Ja, weil ich den scheiß Shelter gew- Ach, für den Stealth Armor da, Alter. Da brauchst du ja Blätter ohne Ende. Ja, und du. Ich hab die ganze Shelter gebaut. Oh, ich hab Federn. Ja, Federn hab ich auch schon. Ich hab schon auch... Ah, ich muss Pfeile bauen. Ich hab mich vier Federn ausgeworfen. Ich hab vier Federn. Mach mal kurz Federn an meine Axt mal. Geht er durch den Schaden oder so runter? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich? Nö. Was? Was? Jo! Sie sind direkt neben uns! Komm raus aus dein Chest! Programm! Guck mal, meine Federn an hier. Guck mal schnell, schnell! Guck mal schnell! Ja, ich hab auch Fähne hinteneinander. Ja, ich hab auch Fähne hinteneinander. Ich glaub es wird ne... Ich wurde grad voll ins Wasser gefickt, ne? Kann ich aufrauchen? Geh ins Wasser, geh ins Wasser! What the f... Das ist jetzt zu krass scheiße, alter! Das Problem ist, meine Ausdauer regeneriert nicht mehr wirklich! Der dunkelblaue Balken ist einfach nur so fuhr bis ran! Was ist denn hier für ein Sprungmanöver? Ja, wie viele sind das? Oder die... Wie ich vorhin einfach meinte, das ist eine friedliche Idee! Was? Boah! Kannst du komplett vergessen! Ich müsste halt mal irgendwas essen, ne? Ach, scheiße! Jetzt kommen wir auch nur am Land! Fuck! Genau... Ah, der kommt schon einer! Wenn du die jetzt langsam kaputt machst! Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Mach die doch langsam kaputt! Fuck, Alter! Es wird immer mehr! Die Möwe hilft uns mit dem Atelier-Schlag! Geh da raus! Geh da hinten raus! Dass du dir immer wieder einen zu dir holst! Oder bleib du hier! Na gut, ja, geh raus! Und versuch dir immer einen zu holen! Guck mal, einer kommt! Mach den gleich kaputt! Ja! Ich hab grad das Gefühl! Fuck you! Ich kann ihn grad nicht komplett töten sehen! Oh, scheiße! Ich hau dich selber! Ey, ich hau dich selber! Ja, meine Rüstung ist jetzt fast weg! Meine... Meine ist weg! Oh nein! Guck mal, wer da kommt! Ja, ich hab dieses Feuerrad gelaufen! Ganz ehrlich, Alter! Wie viele sind das denn? Wie viele sind das denn? Ich muss was essen! Ich muss was essen! Ich muss was essen! Ja! 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 Guck mal, lad dich auf, lad dich auf bitte! Ich hab's geschaffen, paar März zu nehmen! Uh, wo ist denn die jetzt hingespawnt? Genau, fisten sie noch ein bisschen und dann ist es tot! Alter, was haben wir denn hier alles abgeschlachtet? Ja, hier ist doch nix schön, ne? Hast ja gesagt. Das ist frinklich, ja. Wir brauchen Krokodil auf jeden Fall. Krokodil wäre jetzt echt. Ach ja. Weißt du was was Gutes? Ich hab noch richtig viel Besatz gegeben. Ja, das glaub ich dir. Ich nicht. Uuach. So. Oh. Boah, hier sind ja noch mehr. Alter, der eine ist die Plattwender geworden, nachdem er dann angezündet hat. Wow. Beruhige dich. Peter, du sollst dich beruhigen, Peter. Alter, wie viele Knochen haben die denn? Ach nee. Muss mal kurz wieder Knochen, das ist so ein Curven. Ach, von der hab ich eh voll viel. Warum hab ich die nicht einfach benutzt? Hä? Ich hör schon wieder welcher, alter. Was ist das? Oh, Reh, alter. Das ist Killer Reh. Das ist Killer Reh. Bitch. Der Mayorar hat jetzt schon mal geblasen. Hab ich das jetzt geschafft. Erstmal. Sind ich... Oh nee! Da kommt wirklich noch einer! Da kommt noch einer! Der, der... Was war jetzt? Wir haben das Regal gesporen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Okay, die Altersdruck. Gut. Wie viele Knochen? Ich glaub der Typ auch. Ach du Scheiß, Alter. Ich muss kurz irgendeine Soda trinken. Oh, ich muss essen. Euer Essen auch, stimmt. Sobald ich das Lagerfeuer habe... Kacke. Sobald jemand Platz ist. Wo ist das Lagerfeuer hier unter? Da ist das Lagerfeuer, ich hab's gefunden. Fisch, 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 fisch. Fleisch. Ich hab ganz viel drauf geknallt. So. Da fach wie die da und explodieren, ey. Lagerfeuer ist aus, oder? Ja. Und das Fleisch ist noch nicht. Scheiße. Alter, wie viele Kannibalen haben wir denn geschnetzelt, ey? Oh, Essen. Oh, Essen. Ich könnte ja aber außer Hand nehmen. Das ist das Handsymbol. Das ist das Lug. Okay, ich fahr' aber nicht mehr. Vielleicht sollten wir uns jetzt verbissen, wo es Tag ist. Sobald es Tag ist, hier... Oh, oh, lange vorher hat es uns die Stiche lassen. Hinter dir liegt noch ein... Unter dir, direkt, da redet, da. Boah, ist doch auf. Ja, ich hab noch fünf Knochenamor, ich glaube ich... Ich glaube wir sollten trotzdem gehen, die kommen wieder her. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier lebend noch wegkommen, ne? Alter, ich hatte ne kurze Zeit so wenig Leben, ich hätte alles töten können. Oder ein Vogel, der auf meine Hand landet. Ey guck mal, war trotzdem geil. Ein bisschen steif geworden bin ich schon. So ein stehvoller hab ich bekommen. Wollen wir mal richtig hoch auf den Berg? Äh, ist kalt, ne? Ah, siehst du? Na gut, meine Rüstung, also meine Rüstung zum Beispiel voll. Ich weiß nicht mal wie diese... Pudelschuhe... Rabbit for a Boots, wir brauchen... Hasen... Ja, wie macht... Wie macht man nochmal diese Schneeschuhe? Ja, das versuch ich grad. Ich weiß doch, die Schneeschuhe hast du doch vorhin schon gecrafted. Das sieht doch sogar an. Ja, ich will aber richtige. Rabbit. Ja, aber wie hast du deine gemacht? Ähm... Ja, das ist gute Anleitung. Ein Seil? Naja, Seil, genau genau. Ja... Zwei Stick... Drei Stick... Drei Stick... Drei Stick... Okay, ja, dann war ich noch mal. Genau, ja. Was ist so ein Rock Bag? Es gibt ein Stick Bag und ein Rock Bag. Geil! Ja, jetzt müssen wir das unbedingt machen. Ich will alles machen. Ich will alles machen, was es gibt hier. Und Quiefer gibt es. Wow, ist geil. Ey, wie... Bist du dir sicher mit deinem Rezept? Wieso? Ich glaube, man braucht fünf Stickies. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sticks das genau waren. Ich hab diese Dörfschuhe jetzt auch an. Es brauchen wir Hasen, Fell und... Wie hast du das andere herausgefunden, was es das gibt? Hey, wie jetzt? Dieses, äh... Stickteil. Wie hast du das da herausgefunden? Hasenfell? Einfach genommen. Also, das muss man mit Hasenfell machen. Alter, baue ich hier... Ja, Hasenfell und ganz viele Seile. Ich weiß noch nicht, wie viele Seile. Gut, Seile gab's auf dem Schiff genug da. Okay, nein. Scheiße, was braucht man denn noch? Ja, weitergehen oder so. Warte, warte, warte. Kann man... Kann man drei Hasenfell haben? Ich hab von, ja. Scheiße, dann bräuch ich wahrscheinlich noch ein Hasenfell. Scheiße. Hast du ein Hasenfell? Nein, ich hab nur Rehfell. Guck mal, ein Hasenfell? Fuck ey, ich brauch eins. Wenn's dann nicht funktioniert, hättest du ja direkt wieder zurückbekommen. Oh, ich hab neue Bären gefunden. Toll. Na, nicht essen. Kann ich keine mitnehmen, weil ich schon welche da drin habe, andere? Ach, Twinberries, ja das sind Twinberries, die kenn ich schon. Hä doch, klar, ich hab auch ganz viele verschiedene drin. Ja, okay, ja, ja, ich hab's jetzt auch mitnehmen können. Jetzt geht's. Oh, hier lieg ich jetzt ganz viele Heilkräuter bei mir. Jo. Kann aber nicht mehr mitnehmen. Oh, da ist ein Hasen. Da ist ein Hasen. Wo? Da hinten dann weg. Hier sind zwei Krokodile gespawnt grad. Hier. Warte, ich muss kurz den Hasen gehen. Hey, hier hast du einen Hasen, ne? Einen richtigen, so. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Ja, hier, hier liegt der. Fuck, mich hat grad Krokodil angegriffen. Mich hat grad Krokodil angegriffen. Ich weiß nicht, wie viel er Schaden gemacht hat. Oh, ich hab sogar so Seeds für, ähm, damit wir diese Blueberry-Büsche selbst anbauen können. Einfach gleichzeitig drücken sollen. Glaub's nicht. Äh, das liegt hier. Hier, kannst du nehmen. Ja, hast du eins? Ich hab drei. Also, ich hab jetzt alle. Jawoll! Nein, da haben wir ja wirklich gleich seit jetzt kommen. Scheiße, was baue ich denn jetzt hiermit? Rabbit oder dieses Rocket-Bag? Ja, ich hab die Schneeschuhe. Ja, guck mal, guck mal auf meine Schuhe. Äh, da bist du. Ja, da sind Nüssen. Guck mal auf meine Schuhe. So, jetzt ja noch. Na ja, sieht ja hässlich aus. Oh ja, auch viel besser. Du bist so schwul. Ja. Du wurdest so Krokodile gesehen, Alter. Hier? Ah, hier auch. Oh, die greifen dich überhaupt nicht an, Alter. Die laufen vor dir weg. Okay. Wow. Ich mach den am Maiszuschein, dann hab ich das Gefühl. Ja, ja, so unter uns, doch jetzt. Oh, jetzt halt, warte, gleichzeitig. Okay. Drei. Drei. Ein. Jetzt. Jawoll! Ah, ne. Doch, ich mach auch. Ich hab... Ich hab vier. Ich hab nicht bekommen. Scheiße. Wow, du gehst schnell. Drei. Zwei. Ein. Jetzt. Ah. Vier. Du auch? Ja, gut. Muss man wirklich wahrscheinlich sowas von krass perfekt leichtzeitig drücken. Ja. Gut, da wär jetzt natürlich ein Hoher Ping nicht schlecht, wa? Ha. Mhm. Und deine Hasenfellschuhe, die sieht aus wie so... Nee. Nee. Wie so ein Hasenschuhfellbesitzer, ja? Ja, genau. Hasenschuhfellbesitzer. Ey, wollen wir nicht hoch? Ich hab mir jetzt extra die Hasenschuhfell gemacht. Ja, ich hab die vielleicht nicht. Was? Wie viel, wie viel... Sch... Ich hab ein Hasenfell. Achso, ich hab gar keine Hasenfell. Da brauchen wir Hasen. Wir waren noch die ganze Zeit mit Hasen. Diese fetten, geilen Boots. Brauchst einfach mal... Drei Hasenfell, Dinger. Was denn jetzt? Dann lass mal nach hinten laufen, das sieht noch was aus. Ja, warte, warte, warte. Ich mach grad hier... Warte. Okay, ich hab giftige Bären gefunden. Hast du schon wieder gegessen? Nein. Ach Quatsch, eins. So. Achso. Die Aufnahme muss man jetzt auch mal langsam wieder beenden. Wenn ich dich gefunden habe... Warum nicht hier oben geschickt? Eine was? Warum nicht geschickt? Meine lieben Leute, in dem Dorf sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da auch noch rum und schreibt in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Tschau.